Hi Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Leute, heute kommt das Video, da habt ihr schon richtig lange drauf gewartet. Und zwar habt ihr beim letzten Wasserbombenvideo die 20.000 Likes geknackt. Danke auf jeden Fall nochmal an dieser Stelle. Ja, ultra krass Leute. Und wir haben es euch versprochen, das Video mit den unzerstörbaren Wasserbomben und den Regenbogenwasserbomben. Das wird richtig interessant. Und ihr kennt euch, dass wir nicht das einzige Wasser am Start haben. Wir haben natürlich viel mehr Wasserbomben noch. Und die werden wir euch jetzt erstmal zeigen. Jo Leute, ich bin jetzt hier schon unter den ganzen Wasserbomben. Und Freunde, vergesst auf jeden Fall nicht den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Damit ihr kein Video mehr verfasst. Und ich würde sagen, Professor Chris, stellt euch jetzt erstmal unsere ganzen Wasserbomben vor, weil wir haben wieder richtig viel am Start. Drei gleich große. Ich bin gespannt, wie groß die werden. Dann haben wir hier diese drei etwas kleineren. Da oder die Regenbogendinger, Junge. Die werden richtig krass. Die sehen gut aus. Dann haben wir die unzerstörbare Wasserbombe. Ich bin gespannt, ob sie wirklich unzerstörbar ist. Und dann haben wir hier noch die rote Wasserbombe, die ich gar nicht einschätzen kann, ob sie halten oder platzen wird. Ich würde sagen, wir fangen mal mit den hier an. Genau, mit den drei. Mit den drei. Das wird eine gute Aufwärmung. Wir fangen jetzt erstmal mit der gelben hier. Die hat noch nicht so diesen Gummistoff, aber ich glaube, die wird auch schon richtig fett. Also ein guter Anfang. Oh Gott. Oh, geht, 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 geht. Langsam, aber sicher, wird die groß. Leute, gönnt euch einfach, wie groß die schon ist. Also die werden ja nochmal richtig fett größer als die anderen. Ey, vor allem, die kann doch viel größer. Der nimmt ja jetzt noch fett. Junge, das wird einfach unsere erste Wasserbombe. Die wird, die beim ersten Mal hält. Oder vielleicht nicht. Sonst ist sie ja immer kaputt gegangen. Ist halt echt so. Nein! 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 Die ist jetzt richtig prall. Und ich hoffe, dass es unsere erste wird, die das erste Mal wirklich hält. Und ich würde sagen, schnick, schnack, schnuck. Erstmal wer rauf springt. Schnick, schnack, schnuck. Ja! Ich bin der erste. Chrissy springt rauf. Also. Da bin ich gespannt. Schnapp, 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 schnapp. Und Freunde. Bei der habe ich mir gedacht, wenn ich das genauso mache, wie beim ersten Wasserbombe, wie du was wir jemals gemacht haben, ich werde von oben mit dem Rücken rauf springen. Was? Komplett durchziehen. Oh Gott. Damit das so richtig hoch splasht. So, Freunde. Ah, Mann, ich habe Angst, dass die platzt. Die platzt. Die platzt nicht. Ist das ein guter Knoten? Oh, der ist gut, der ist gut, Leute. Das ist ein guter Knoten. Ich bin richtig aufgeregt, weil ich weiß, beim letzten Mal, da hat es so doll am Rücken gezwiebelt und eigentlich habe ich mir geschworen, dass ich das nie wieder machen werde. Aber ich ziehe es trotzdem durch. Okay, Leute. Dafür müsst ihr auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben. Drei, zwei, eins. Ah! Oh, Junge, du ist gezwiebelt. Eins. Oh. Ey, Leute, auch wenn man es nicht gesehen hat, das hat am Rücken so krass gezwiebelt und auch an der Seite ein bisschen rausgesplasht. Also die waren schon mal richtig krass, die Wasserbomben. Also bis jetzt ist noch keine kaputt gegangen. Und wir fangen jetzt an mit der Regenbogenfarbene. Da haben wir jetzt hier so ein Ding, weil die hat einen ganz, ganz engen Verschluss und ich hoffe, dass es trotzdem klappt, dass da Wasser reinkommt. Und ich bin echt gespannt, wie eine Regenbogenfarbene Wasserbomben aussieht. Oh, 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 oh. Nein, 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 die fällt ab, die fällt ab. Ey, das ist das Schlimmste Verschluss, den es gibt. Ah! Jo, wie die jetzt schon aussieht, Leute. Oh, Junge. Leute, die wird einfach nachher so durchsichtig aussehen. Bisschen Regenbogenfarbene, aber sonst durchsichtig. Aber das ist auch schon krass. Wenn die jetzt schon so groß ist, dann möchte ich nicht wissen, was passiert mit der Unzerstörbahn. Sie wird noch größer. Junge, das können wir doch gar nicht aufs Trampolin machen. Wir haben uns auch gedacht nachher, wenn wir mal ihn aufs Airtrack drauflegen. Und das wird auch nochmal richtig interessant, weil das Airtrack, das kann ja alles aushalten, ne? Oh, ja. Freunde, ich würde sagen, das reicht jetzt erstmal. Wir haben zwar auch noch die andere, die können, glaube ich, noch ein bisschen größer, aber wir machen sie jetzt schon mal so, dann können wir sie sich ein bisschen hochbuzzern. Und danach kommt, glaube ich, schon die Unzerstörbare. Obwohl, dann haben wir vielleicht was mit dem Airtrack. Werden wir mal spontan entscheiden. Aber jetzt werden wir einfach rausziehen, ne? Und dann ist fertig. Freunde, schaut mal bei Chrissy, der hat jetzt nämlich gerade die Wasserbombe. Und die ist einfach so krass, das ist mal wieder so eine, wo man alles mitmachen kann, ne? Und ich würde sagen, Chrissy kann sich da jetzt erstmal raufpflanzen. Wie das aussieht. Wird das ein Wasserbitt? 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 Ah, Junge. Schön. Wir pushen sie jetzt mal hoch, Leute. Bereit? Wir passern sie hoch. Oh Gott. Oh, was das aussieht? Oh, oh. Oh. Nein, nein, sie ist kaputt gegangen, wir hätten doch noch so viel damit machen können, aber wenigstens sah es krass aus, wir haben ja noch eine davon. Leute, für unsere nächste Wasserwommen haben wir mal wieder unsere beiden kleinen niedlichen Hündchen dabei, Bonnie und Foxy, und ich bin mal gespannt, wie sie darauf reagieren, dass jetzt hier einfach eine Wasserwomme ist, Foxy, bleib bei uns, Foxy, hier, fein, okay, Leute, geht los, mal gucken, wie sie reagieren, die beiden, Wasser, 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 Bonnie haut einfach ab. Auf jeden Fall werden wir die jetzt nicht so groß machen, wie die davor, die Regenbogenfarbenen, damit wir noch ein bisschen Quatsch drauf machen können, und danach kommt die unzerstellbare Wasserwomme, und danach werden wir dann die einen aufs Erdstück drauflegen, ich glaube, das wird richtig lustig, aber ein bisschen kann noch, guck mal, hier ist sogar so ein Ball drin, ich zeige, wo, aber das ist wieder so einer der, äh, normalerweise sollte der ja leuchten. Leuchtet, 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 oh, oh, er leuchtet, oh, lol, ja, entspannt, das neue Kölbchen, ey, guck mal, wie er chillt, hehehe, Freunde, wir haben jetzt Foxy erstmal reingebracht, dem war das ein bisschen unangenehm, der wusste nämlich gar nicht, was das ist, aber wir haben die jetzt so klein gelassen, und jetzt wollen wir die einmal hochpushen, genauso wie die andere, und die wird ja richtig hochgehen, also bin ich mal gespannt. Yo, Leute, heute schon ein neuer Tag, und zwar haben wir euch ja versprochen, wir werden jetzt mit der unterstörbaren, äh, wie die unterstörbaren Wasserwomme weitermachen, ihr seht sie hier, und die ist allein so schon richtig groß, ey, die wird echt gigantisch, ich hoffe bloß nicht, dass unser Trampoline jetzt reißt, weil, das wird ziemlich viel Wasser sein, aber glück haben geht die so in die breite und er verteilt sich das gut und jetzt würde ich sagen wasser marsch leute nun mal so als kleiner vergleich das hier ist die kleine wasserbombe und das hier ist die große unzerstörbare riesen wasserbombe leute es geht los wünscht uns glück das alles so funktioniert wie wir es hoffen und ich mache jetzt mal hier das wasser ja es läuft ja ja das kann er ziemlich lange dauern leute wie groß sie einfach schon ist ich habe so angst dass sie platz also ich würde lieber schon aufhören wir müssen noch durchziehen sie ist so zerstörbar haben sie gesagt ich habe aber trotzdem voll angst ich glaube ich habe so glättes trauma wegen der letzten schnachel das war so schade aber das erste würde ich sagen reicht das schon mal wir werden jetzt mal rausziehen und dann mal gucken wie sie sich so fällt wenn wir ein bisschen springen und wenn da noch alles klar ist werden wir sie noch mehr mit wasser befüllen aber jetzt sich raus alles gut leute schaut mal so sieht es natürlich über dem trampolin aus und so sieht es unter dem trampolin aus wir werden jetzt erst mal ein bisschen hier springen und gucken wie sie es entwickelt wie doll sie wackelt und ob sie noch ein bisschen wasser aushält und dann wenn wir vielleicht noch ein bisschen wasser einfüllen ein kleiner blub oder so weißt du so was ich bin das so doll aushält dann werden wir noch ein bisschen wasser rein machen leute wir machen wir wasser rein ihr müsst euch vorstellen das sind jetzt hier schon fast anderthalb meter ich glaube die wird noch locker so bis zwei meter groß ne mit zwei meter große wasserwaffe das hatten wir doch nie jungen ist das krass das ist echt das ist mega krank sie hält mich was leute sie hält mich einfach jungen ist wie ein wasserwaffe richtig gemütlich vorwärts rolle rüber die junge war dann voll angst leute ich werde gleich mal auf diese wasserbombe hier rauf springen mal gucken ob sie wirklich unterstörbar ist ich bin gespannt hoffentlich ich glaube ich wünsche mir dass sie erst mal noch nicht kaputt leute wir sind jetzt dabei die noch größer zu machen und ihr seht schon das ist einfach unser rekord also das ist die größte wasserbombe die wir jemals hatten und ich schätze wir werden sie mal so auf die länge von chrissy machen also das heißt locker noch mal so 23 40 cm mehr und dann werden wir die krassesten springreihen machen und probieren dass sie wirklich mal kaputt geht ohne grund hat und hier sie berührt unten Thousand Boah yeah Was Leute wie hier aussieht Woah OH No c Wow How Wie geht die denn kaputt Junge Junge die sind zerstörbar Also nicht Oh ich habe mein schlau Was Oh Waaaa ich bin wenn ich ehrlich bin sogar ein bisschen traurig ich bin wenn ich ehrlich bin ich bin wenn ich ehrlich bin ich bin wenn ich ehrlich bin ich bin ein bisschen traurig dass jetzt kaputt ist aber wir haben ja noch mehr und ich will sagen ruhe und frieden genau größte was aber mit die wir jemals hatten also für diese große wasser am last auf jeweiligen daumen nach oben da das war die größe die ich kann es immer noch nicht passen und jetzt machen wir einen aufs airtrack und zwar die die sieht auch schon so richtig groß aus und mal gucken wie groß die wird also habe ich auch mal gespannt so groß ist jetzt schon und ich würde sagen wir werden jetzt einfach mal langsam was ausmachen weil wir wollen ja auch noch kegel also wir werden ein bisschen bowling hier machen und ja was er raus das ging so schnell vor rüber ich dachte ich hätte sie aber sie hatte mich leute jetzt wenn ich und professor pirat erst mal diese durchsichtige wasserbombe befüllen als erstes machen wir schleim rein und danach wird wasser eingemacht und wir werden die wie natürlich in jedem video einmal hochbauen sind und der effekt ich glaube der wird so krass sein das müssen wir glauben und jetzt werden wir sie hoch pushen und ich hoffe dass wir der krasseste effekt sein den ihr jemals in eurem leben gesehen hat also leute wir hoffen auf jeden fall euch hat dieses video gefallen also das war ja mal ein schleimiger abschluss ja wenn es euch gefallen hat dann lasst auf jeden fall wie man den daumen nach oben da und abonniert falls du es noch nicht gemacht habt und dann würden wir schon wieder sagen bis zum nächsten mal tschau